Ich weiß genau, du brauchst, so was ich richtig schaue. Dankeschön! Danke, du brauchst, Alter! Ja, hey, wir sind die Band Startblock. Wir kommen aus Plettenberg. Also nicht so genau. Wir kommen eigentlich aus Lüdenscheid, Plettenberg, Verdol. Wir sind sehr zusammengewürfelt. Und uns gibt es seit Januar 2007. Und seitdem machen wir zusammen deutsche Musik. Wir machen Deutschrock. Und dafür stehen wir auch. Alte Band Mindcrack hat sich zusammengefunden und hat sich aufgelöst und haben neue Leute gesucht. Wir waren am Konzert, haben Pascal auf der Bühne gesehen, haben sich dann die Nummer besorgt und haben direkt mal angerufen und mit ihm geprobt. Und dann kam der Henne noch dazu, weil er früher mal in unserer Backband gespielt hat. Und dann waren wir plötzlich komplett. Fertig! 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 Beides Fertig! 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 Also eigentlich war unser größtes Ziel, als wir angefangen haben zu spielen, das Burgrock-Festival und jetzt haben wir hier gespielt und deswegen, also es war ja, wir haben nicht damit gerechnet, dass wir hier spielen dürfen und jetzt haben wir hier gespielt und jetzt müssen wir uns neue Ziele stecken und wir haben sie noch nicht gesteckt. Aber wir machen's. Und dann wird's groß. Ich sag's euch. Auf Wiedersehen.